Petrus aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach, Und du warst auch mit dem Weser, Skalileo. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere Und sprach zu denen, die da waren, Es erwart auch mit dem Jesu von Nazareth, Und er leugnete aber mal und schwurru zu, Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten ihm zu, Die da stunden und sprachen zu Petru, Damit du bist auf meiner Vergebung, Deine Sprache, Deine Sprache, Deine Sprache, Da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwirren, Ich kenne des Menschen nicht. Und als, als krähte der Hahn, Da dachte Petrus an die Worte Jesu, Da er zu ihm sagte, In der Hand tränne wird, Wirst du mich dreimal verneugnen Und ging er aus und weinete bitterlich. Ausdruhme 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 In der Hand tränne wird, Was hat er über die Worte Jesu, In der Hand tränne wird, Um an die Worte Jesu! Ausdruhme Ausdruhme Weitere Ausdruhme Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020